Das Zillertaler Temperament habe ich gesagt. Wissen Sie was? Ich überlasse jetzt ganz allein den Zillertalern. Probieren wir mal aus, welcher Temperament. Besonders ist es ja eh nicht mit der Hitze. Vielleicht bringen sie ein bisschen einen Schwung rein. Probieren wir es. Zillertaler Schürzenjäger! Ja, dankeschön. Die Volker, die wir jetzt spielen, die heißt Heid, Heid will ich lustig sein. Wollt ihr auch lustig sein? Ja! Das waren aber noch nicht alle. Nicht alle, sagten wir bald. Wollen sie auch lustig sein? Ja! Dann klacktschmalle mit bei Heid, Heid will ich lustig sein! Heid, Heid will ich lustig sein. Helme, du, 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 du! Schau, bock, ich bin, ich bin, ich bin dabei. Komm, ich bin, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020